Hi Leute und herzlich willkommen hier zum ersten Let's Play auf dem Kanal CTV und wir sind hier auf Google Maps und ihr wundert euch schon, hä? Wieso gebe ich hier was ein? Ja, ist es schon, oder? Weil es ist hier nämlich Pac-Man vom 1. April nämlich hat Google hier unten Pac-Man zugefügt Hier seht ihr den Hauptbahnhof und es ist einfach richtig cool Jetzt können wir hier, wenn wir draufklicken, Pac-Man spielen Und Pac-Man ist ganz simpel, man steuert mit dem Pfeiltasten und versucht wie am meisten Punkte zu kriegen Das was der ist, gerade, sind die Punkte Und wenn man alle Punkte gegessen hat, beim Hauptbahnhof ist es nicht so einfach, weil der ist ziemlich groß Ähm, bekommt man Oh, da bin ich tot Ähm, dann ist ein neues Level Aber die gleiche Map, neues Level, irgendwas Was weiß ich Was dann verbessert wird, die Typen schneller Und wie ihr vielleicht gerade gesehen habt Man darf nicht von den Nein, 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 nein Da, 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 da Von diesen komischen anderen Dingern essen Ich bin dieses gelbe Ding da, was hier wegläuft Aber es gibt auch manchmal Zeiten, ne Wo die so blau werden Ne, ne, da bin ich wieder tot Ähm, wo die so blau werden Und dann kann man die essen und bekommt auch Punkte Und eigentlich, ach, was mach ich denn da Hä? Ziel ist es, wie am meisten Punkte zu bekommen Und da, jetzt sind die geworden Es gibt auch manche so Abkürzungen Wenn man irgendwo will, die Wenn was ins Nichts führt Kommt man irgendwo auf der anderen Seite raus Und gerade haben die geblinkt Und jetzt machen die kurz davor Und also, wenn man keine Chance Jetzt gehe ich raus Komm auf der anderen Seite raus Ganz nice Läuft So Und jetzt, ähm Ja, und da unten Ich kann's ja mal kurz zeigen Hier seht ihr meine Leben Äh, äh, wo bin ich auch Ich bin da oben Einen Moment nicht aufgepasst Böser Bub Einen Moment nicht aufgepasst Und schon So ist es halt im Leben Einen Moment nicht aufgepasst Schon ist meine Schwierigkeiten Ach, wieso habe ich vor dem ab? Nein Ach, nee Nicht deren Ernst Okay Und es geht jetzt noch nicht los Das seht ihr Erst finde ich eine Falte aus der Drücke Geht's los Also Bam Habt ihr gesehen? Und jetzt bewegen sich diese komischen Viecher Die so ein bisschen aussehen wie Geister Du bekommst Nein Wow Wieso habe ich ab? Nein, nicht abhauen Nicht abhauen Pac-Man nicht abhauen Turn Easy Dann haben wir natürlich easy Nein, 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 nein Du bekommst mich nicht Nein, du nicht Du nicht Abgehängt Kein Ding für den Babo Nein Ach, nee Oh Abgehängt Nein, da kommen schon die Nächsten Die sind wirklich überall, Leute Das ist unglaublich Die sind hier überall Weil die sind auch zu Viert oder fünf, glaube ich Ich kann gerade nicht zählen Weil ich muss aufpassen Auf meinen Pac-Man Auf diese Kugel, die die ganze Zeit ihr Maul aufmacht Wow Nein Nein, 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 nein Oh nein Oh nein Da Da Saß ich in der Klemme Keine Chance Und es gibt hier auch Hier Wie man sieht Hier sind die Neben Und hier ist Eine Kirche Und im zweiten Level Gibt's dann noch irgendwas Und die bringt dir auch Punkte 100, glaube ich Und ich hab gerade 5.000 Da ist sie Da ist sie Die Holons Ich hab gerade 6.140 Punkte 6.240 punkte ist ja und jetzt tief seht ihr game over noch mal spielen und hier ist gott sein